Ich bin hier mit André Schneiderbauer und Patte Kauschgrube. Du hast gerade dein letzte Spiel hier in der Champions Cup gewonnen. Du warst von der Australien und sie waren sehr schwer. Ja, es war ein guter Spiel. Es war schnell und schnell. Ich denke, dass wir in diesem Spiel unsere Kraft spielen können. Ich bin glücklich mit dem Ergebnis. Du schickst das Ziel? Ja, das war das erste Spiel. Es war eine große Chance. Jan-Owe Wiesner hat mir den Ball gemacht. Ich bin glücklich alleine. Ich habe das erste Spiel. War es ein goalie da und zurück? Ja, natürlich war es. Aber ich musste ihn weg. Es war ein Ziel. Du warst auf dem Boden? Ja, ich war auf dem Boden. Was waren deine Erwartungen dieses Jahr in der Champions Cup? Und wie nahe du sie kamen? Ja, in der Anfang haben wir gedacht, dass wir einen der acht Top Pläne nehmen können. Aber 9th Pläne ist okay für uns. Wir sind glücklich. Die Komponente ist jetzt noch schwerer? Ja, es ist schwerer. Es gibt eine große Bedeutung zwischen 8 und 9, 10. Und wir müssen mehr trainieren während des Jahres, um diese Bedeutung zu close. Und wenn du die Euro-League hast? Ja, ich vermisse es. Persönlich, ich vermisse es, ja. Ja, natürlich war es eine gute Erfahrung. Und ich denke, wir haben viel gelernt in der Euro-League. Und wir können das in unserem Spiel bringen. Und wir haben das jetzt gesehen, gegen den Australischen Team. Das ist sehr, sehr gut. Aber sie kommen sehr gut. Es ist beeindruckend, dass sie zu diesem Level in so einem kurzen Zeit geschafft haben. Ja, ja. Es ist beeindruckend, wie sie ihre Fähigkeiten verbessern können in so einem kurzen Zeit. Ich bin beeindruckend. Ja, ja. Und sie sind nicht kleine Leute. Sie sind ziemlich groß und schnell. Sie sind sehr stark in Physik. Wir haben gesehen das Spiel gegen Brotwas. Und Brotwas gewinnt eine sehr knappe Saison. 2-0, ich denke. Und ja, wir wissen, dass wir auf dem gleichen Level entfernt von Brotwas. Wir wissen, dass es eine knappe Herausforderung wird. Wie sieht es für Graz, für den Austriischen Manns-Nationale Team aus? Ich denke, es sieht gut aus. Für Graz, der Manns-Nationale Team. Wie sieht es für den World Championship? Ich denke, es sieht gut aus. Wir haben 7 oder 8 Spieler von diesem Team in der Roost für den Championship. Und wir haben auch ein paar Anführungen von Graz und ECOS. Willst du diesen Mann nehmen? Ja, das ist nicht meine Entscheidung. Ja, wir trainieren hart für den Championship. Wir haben viele Praktiken, viele Trainings. Und wir freuen uns, dass wir unsere Home-Advantage nehmen. In diesem Championship. Du hattest eine schlechte Glück mit dem BROKEN FINGER in Cali. Und ich erinnere mich immer das. Aber du hast immer immer glücklich. Und jetzt hast du eine Chance, etwas anderes zu machen. Ich werde das, was ich in Cali vermisst habe, in der nächsten Championship. In Grazia. Und am Ende hier, wir werden einen Zoom-In auf deinem Club-Logo. Kannst du einen Zoom-In auf das? Zoom-In. Wenn es zum Zoom ist? Ja. Weil Planters war der größte supporter, ich glaube. Ich weiß nicht sicher. Aber ich glaube, diese Firma hat das größte Geld in den Unterwarten-Rugby-A-Club. Ever. Ja. Planters, Livingston, John Harris waren große Sponsors. Und ich denke, sie waren nur eines der offiziellen Sponsors der Euro-League-Team. Ja. Wir sind sehr glücklich damit. Und wir sagen natürlich vielen Dank. Jeder, der den Sport folgt, weiß, dass das so wichtig war. Und du hast immer die Uniform. Ja. Wir sind sehr glücklich. Wir sagen vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Und besonders an Robert und seine Firma. Ich hoffe, dass wir einen Tag eine Presse-Konferenz für dein Club im Restaurant. Und die Journalisten bekommen free飲料 und Essen. Ja, du hast das. Ja, du hast das. Natürlich, auch zu schreiben über dich. Ja. Ja. Das ist alles. Vielen Dank. Und es ist toll, dass wir uns alle sehen.